Was's up, ihr geilen Frimmels und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Polnation FX hat er mit Bananematrix. Hallöchen. Ich hab dir fast stur zur LP gesagt. Wir spielen heute Golf und das Runde muss ins Loch, das Runde muss ins Eckige, äh nein was? Und zwar ins vorgegebene Loch und natürlich ist der Bounty so gut und verschießt gleich. Bist du schwebt jetzt die weiße Kugel? Weil das meine Kugel ist. Ja, hab ich jetzt gerade aufgeschweckt. So funktioniert Golf, Freunde. Ich weiß gar nicht wie viele Züge man machen muss, dass man ein Frame gewinnt. Wind. Ah, und noch. Ah, Siggi, Junge. Ah, ich, ich glaube, hm. Ja. Ne, ne, ne. Ah, guck mal, ich darf so lange bis, äh. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Ah, ich hab die viel zu fest angespielt, die blaue. Ah, das war dämlich. Ja, natürlich muss ich jetzt immer noch ins Loch da hinten. Ja, weil ich hab das schon hinter mir, das ist wie bei einem Minigolf. Oh! Boah, Junge! Weiß der Schütze hier, oder wat? Alter, Schawutzke. Mann, der war noch knapp. Ja! Mann, 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 wo muss ich denn jetzt hin? Du muss... Da hinten? Willst du mich verarschen? An's andere Ende des Spielfelds. Nichts leichter als das. Du hast die Weiße versenkt. Echt? Wo ist denn die rein? Ins Loch gegenüber, von der du eigentlich treffen solltest. Achso. Ey, jetzt darfst du was schieben. Ist das Assi. Assi, das sind die normalen Spielregeln bei Golf. Waa, 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 waa! Schnauze. Schnauze, der Vogel. Ah, nö! Ne? He, he, he. Überwande, überwande, überwand... Ja, klar, Alter! Das glaubst du aber selber nicht. Im Traum. Schießt die... Ja, genau, an die Bande. Und dann zurück. Nein! Ich sag gar nichts dazu. Ja, musst du auch nicht. Ich glaube, deine Freundin muss wieder mal mit dabei sein. Hey, es lief. Jetzt am besten mit Freundin, stimmt. Alter, was soll denn die Scheiß? Ich glaube, ich hab das Spiel noch nicht begriffen. Bounty in Zukunft spielen wir nur noch am Wochenende. Du kannst mich mal... Oh, die Kugel liegt so beschissen. Oh! Dann setz die ganz fein vors Loch. Ganz fein, ganz sanft, meine ich natürlich. Sodass du es beim nächsten Zug einfach ganz sanft. So wie du es verkackt hast in der letzten Folge. Oh, Mann! Oh, Nö! Wenigstens liegt jetzt vor dem Scheiß Loch da. Mann, Mann, Mann! Oh, Nö! Wirklich geht dein Frame, bis einer jedes Loch einmal getroffen hat. Könnte ich mir noch vorstellen. Bis du jedes Loch versenkt hast, meinst du, ne? Ja, also bis du es das erste Mal getroffen hast ins richtige Loch. Ja... Alter, verarschen! Nein, nein! Zum dritten Mal die meiste Versenkte dieser Runde! Oh, Nö! Verarsch! Ich kann's ja nur in diesem Teil setzen. Oh! Oh, sexy! Alter, ich kann fast sagen, ich hab das mit Absicht gemacht. Ah! Ah, ja, jetzt was für ein Dreibandenspiel. Oder so, ja. Uuuuh! Nö! Ah! Ich hab die weiße Kugel eingelaufen. Sexy's Mexi! Wieso setzt du sie nicht? Weil ich dann die Weiße, ja, weil ich dann die Weiße in das andere Loch geschossen hätte. Wenn ich die so anschneide. Ja, nein! Nicht anschneiden! Du hättest sie ja freisetzen können. Ja, die liegt da jetzt vorm Loch. Ist alles gut. Du hast das Loch noch vor dir? Ich hab's gleich hinter mir. Denkst du? Ja, geh über Wande. Über Wande. Über Wande. Ein bisschen Skill hier beweisen. Was? Ja, was soll jetzt dann denn gewesen sein? Waaahn, ey. Ach, der Bounty einen Trickshot und versauts? Ne. Aber sowas von! Nein, drückt rein. easy going alter ist nur ein loch vor mir bleibt das stehen was meinst du danke schön ich meine anfänger muss man ein bisschen helfen jetzt hat der sack aufgeholt schafft er den banden schott die du es immer einfacher möchtest ja hast du genau reingegangen lassen wir einen vorgelegen mathematisch wäre überhaupt nicht aufgegangen mathematisch sensationell aufgehören ich schieße einfach mal drauf genau jetzt hätte es geklappt ja sicki alter und vorher nicht bei diesem loch leck mich doch mal alter nicht essen hier mach ich gar nicht alter in der aufnahme bitte nicht ja vor der aufnahme nach der aufnahme okay aber während der aufnahme ich weiß nicht das stört so ein bisschen die zuschauer es gibt zuschauer die nervt das deswegen habe ich damit aufgehört also ich habe noch nie angefangen aber du weißt was ich sagen möchte das ist das ist auf jeden fall das angenehmere geräusch sind wir am gleichen doch dran kann das sein pass auf pass auf jetzt kommt trickshot nummer 100 wir müssen skillen versuchen hier so hände abputzen weiter geht's was wir hände abputzen also was gefressen hier was guckst du eigentlich deine kugel ist da hinten ey ja genau so nicht schlecht also wie soll ich denn jetzt das ding da reinbringen bitteschön ist wir haben gleich noch wie vorher also fast etwa ja so jetzt das will ich sehen die die in der mitte sind aber ich da sie auch so steht jetzt beim gleichen punkt wie vorher das ist einfach zufall das spiel golf eigentlich wenn du das nicht drauf hast mit dem banden ich danke dir ich danke dir von herzen dass du mir den so schön vorgelegt hat man auf jeden fall kukulor nicht kukulor nicht kukulor ist ach ja natürlich aber sich mit schmackes ich glaube das war es oder das waren alle löcher nee das guck mal ein paar im geht an mich das ist um das mal nicht so ein bisschen rauszuzögern hau ich die erst mal rein das video nicht künstlich strecken hier damit man mehr werbung einbauen kann und mehr geld verdienen also ist youtube heute vor allem youtube deutschland bei youtube ich weiß es nicht besser ja als ob das ein unterschied ich werde mal lohrern nein ich werde kloppt eigentlich ist jetzt das erste doch quasi ein gratis schuss ja wegen der weißen muss halt einfach aufpassen ja normalerweise schon ja hättest du die weiß nicht hinter der geld platzieren können ach so du bist ja eh noch mal dran aber danke für den hinweis du das super gut anschneidest dann könnte das zu scharf angeschnitten aber du warst näher dran als ich auf jeden fall so lass mal den profi ran jetzt das will ich sehen wir werden besser merkte wir haben einfach eine konzentration phase nie im leben alter holy cow war knapp war knapp hätte ja klappen können ja spielt besser als ich dann dürft ihr mich flamen in den kommentaren was passiert denn das jetzt was war denn das für ein versuch keine Ahnung von der wandel weg holen oder was war das einfach irgendwie spielen dass ich keine strafe kriege ach so natürlich komm den schuss hab ich vorhin auch hingekriegt dann werde ich den jetzt auch nochmal hinkriegen oder oh ich hasse es und die weiße versenkt nein das wäre es jetzt gewesen ja oh nö jetzt mach ich ihn rein wie im leben aber Siggi oh man bleibt er stehen bleibt er stehen baum chicka baum baum ich hasse diese schüsse wo die kugel da beim loch also schon fast im loch hin und her prallt das ist so assi so hau rein die scheiße wir an den ecken scheitern und dankeschön so was ist das nächste loch ja locker hocker oder schat hinterher kannst du die nicht platzieren für die Zukunft ist der Kölner der Köln mittleren noch gerade abhattet und wieder an die Ecke 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 Oh nö! Mach keinen Spaß so Oh, mach keinen Spaß so Oh ja Nein! Fuck, ich glaub das ist ein Foul weil ich keine Kugel berührt habe, richtig? Ja, aber ist doch scheißegal Hast du gesehen, wo meine Kugel liegt? Richtig Aber ich darf die Kugel nicht freisetzen Oh, bleib da, bleib da, bleib da Alter, was war das denn? Und die geht genau wieder an den Ort, ey Was war das denn für ne Scheiße? Die hat an die Ecke geprallt Wie siehts hier eigentlich aus? Das ist Manchester bei Nacht Immerhin Oh, schön vors Loch gebracht Hammer nice Schade, kann ich deine Kugel nicht wegmachen Weißt du, so als Verhinderung dass du da Na? Ne 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 Ja, nur ein bisschen mehr vors Loch Das passt schon. Das ist super so. Der macht da ja eh rein. Ich kann ein bisschen Umgebung angucken. So, jetzt kommt das da hinten. Ziemlich beschissen. Was versuchst du denn? Oh nö, jetzt hab ich dir die Kugel genau hingelegt, ne? Ja. Egal, jetzt bist du mit da dran. Das geht ne Weile. Glaubst du auch nur du, ne? Drei Viertelstunde später. Hm. Äh. Ich hasse die Mitte. Ich hasse sie. Drei Viertelstunde später. Die Fresser. Oh nö. Ja, ja. Nein, schade. Ich hab auf die blaue Stups noch die weiße ins Löchlein. Nee, 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 nee. Wollen wir nicht sehen. Wollen wir nicht sehen. Oh, dreimal die gelbe Brühe, glaube ich, oder? Und ein gelockt, nein. Nee, nee. Alter, wie fies ich dir die auch setze momentan. Was machst du denn? Weiter wegbringen vom Loch. Aber jetzt steht sie wenigstens mal besser. Ja, meiner steht auch besser vorm Loch. Weißt du, dass das gerade irgendwie gleich pervers klang? Ich weiß, ich wollte es auf, pervers klang tun müssen, hätten werden können. Oh, nicht alle wieder verziehen. Alter, wie verziehst du denn, bitteschön? Oh, nö. Oh, sexys Maxi. Du weißt schon, mit O kannst du Obersicht machen, ne? Ay caramba. Fuck the system, oder what? Ja, fuck the system. Ach, komm. LOL, die geht ins Loch. Oh, nö. Die Weiße wäre fast noch ins Loch gesprungen. Hast du das gesehen? Ich hatte Zeitlupe, Alter. Die ist dann am Rand des Lochs gehüpft. Oh, geil. Fuck the system. So, nochmal eine Runde. Fuck the system. Ja, guck drauf, ey. Fuck the system, jama. Ja, und jetzt komm ganz sanft vors Loch. Noch ein Stück. Ah, könnte klappen. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit, yo. Ich bin bereit, du Affe. Nee. Oh, komm. Danke. Ich danke ganz herzlich. Alter, was war das denn? Alter, du willst dich doch verarschen. Ich hab die Kugel aus dem Loch rausgeschossen. Das wollte ich nicht. Ich wollte da rein nicht raus. Wohl rein raus ist auch gut. Oh, ärgerlich. Ich würde sagen, das war's mit dem Frame. Ah, würde ich auch mal behaupten. Äh, das war's mit dem Projekt. So, Freunde. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Und man zieht sich das nächste Mal. Genau. Tschüss. 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 Vielen Dank.